Moin Leute, ich wollte euch nur mal kurz sagen, ich habe jetzt einen, oder beziehungsweise ich hatte ja schon lange einen zweiten Account, vielleicht wissen das ein paar, vielleicht auch nicht. Ich hatte aber bei dem keine Aktivitäten oder ähnliches, ich habe bei dem immer mal so ein bisschen geguckt, und jetzt kriege ich hier die ganzen Nachrichten, naja egal, scheiß drauf. Ja genau, ich wollte ja nur sagen, dass da jetzt Aktivitäten kommen sozusagen, auf dem Account, wo ich ja jetzt drauf bin, der war ja hauptsächlich gemacht, um so Apps, Spiele oder ähnliches zu machen. Jetzt habe ich mich aber entschieden, dass ich das natürlich auch weitermachen werde, aber natürlich habe ich irgendwie Lust, hier auch CSGO aufzunehmen und so. Irgendwie habe ich auch bemerkt, komm Digga, das passt überhaupt nicht hierhin, das passt nicht zu Schloss Rundpflikt, das passt einfach nicht in diesen Kanal rein. Und da habe ich mir gedacht, gut, packen wir das alles in meinen anderen Kanal rein, der Kanal heißt DasKillerLPM, und den werde ich unten verlinken. Dort werden bald dann auch wirklich Videos kommen, die nichts mit Apps zu tun haben, also zum Beispiel Minecraft oder LOL, CSGO und so weiter und so weiter. Heißt, wenn ihr nicht nur Apps sehen wollt, guckt auf jeden Fall da mal vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschau Leute!